Omnomnomnomnom. Omnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnom. Herzlich willkommen zurück, Leute. Neuer Tag, neue Aufnahme, neues Glück. Ich habe es gestern nochmal versucht, dann weiter zu spielen. Aber gestern war irgendwie ein solch ein Tag gewesen mit der Aufnahme. Das konnte man total vergessen. Ja, und jetzt fresse ich mich ja erstmal mit meinen Kotzentputen durch. Und mische hier ein bisschen im Buffet rum. Solange bis der Typ dann hier endlich mal kommt, der Stadtrat, und dann mal endlich sich dazu begnügt, seine Rede zu halten. Ich war Gorilla-Mister, der redet gar nicht erst mit mir. Na gut, wir gehen aber auch schon mal nach oben. Denn wir sind ja alle in freudiger Erwartung, was die Rede angeht. Ich habe jetzt hier schön das Klo geputzt, habe mir die Waffe geholt. Der Skipper dürfte diesmal nicht sauer auf mich sein. Und ich werde diesmal nicht riskieren, hier irgendjemandem aufs Maul zu hauen oder so. Deswegen geselle ich mich hier einfach mal mit dazu und setze mich hier mit so hin. Und dann genießen wir einfach mal die Atmosphäre, bis dann endlich mal der Stadtrat rauskommt und seine Geburtstagsansprache hält. So lange noch etwas Musik im Hintergrund. So ein bisschen Jazz heutzutage wäre auch schön. Ah, da geht es auch schon los. Wunderbar, Monsieur Stadtrat. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke. Wir freuen uns, dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Und damit geht's los mit der großen Rede. Und diesmal werden wir erst mich mal durch hier. Ich hab da was zu erledigen. Diesmal will ich diese verfluchte Aufgabe endlich beenden hier. Sein 40. Ernsthaft? Und ich hätte ihn auf mehr Jahre geschätzt. Na gut, wir lassen ihn jetzt nicht großartig quatschen. Ja, der ehrliche Mann genau mit der Mafia zusammen. Gut, stirbt mein Freund. Schnell vor Turnier. Ganz schnell. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Lass mich durch. Ich bin doch noch durch. Mann. Scheiße. Ist doch nicht euer Ernst. Gut, dann gehen wir hier hinten lang. Das geht auch. Ich muss weg von hier. Ich hab's eilig. Hey, Skipper. Na klar, stürzt nicht auf die Damen. Ab geht's. Ja, wir haben aber was Besseres zu tun, als jetzt hier mit dem Skipper zu quatschen. Wir müssen hier irgendwie wegkommen. Am besten irgendwie erstmal auf Wasserhöhe. Und jetzt müssen wir irgendwie mit Pauli zusammen... Aha. Aha. Müssen wir abhauen. Pauli, rette mich. Wir haben's geschafft. Epische Musik. Neue Freifahrtoptionen wurden freigeschaltet. Wunderfein. Und der Crusader wurde jetzt auch freigeschaltet. Und damit ist diese Mission endlich vorbei. Die verfluchte Kackmission. So, eigentlich ist die ja nicht weiter schlimm. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viele Anläufe ich jetzt schon durch hab. Teilweise, weil ich irgendeine Scheiße gebaut hab. Und teilweise, weil die Aufnahmequalität einfach so unglaublich rotzig war, dass sie nicht mal bei mir durchgekommen ist. Gut, und jetzt weiter zur nächsten Mission. Verdammter Glückspilz. So sieht's aus. Ab geht er da, Peter. Yeah. 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 Ha, ha, ha. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand. Seinen Bruder, Sergio Morello, Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft. Dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst die Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Tumsen vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Superplan. Ja, Schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Wunderschön. Wir sollen mit Polly zusammen zum Italian Garden Restaurant fahren und Sergio Morello liquidieren. Dem Bruder vom bösen anderen Mafia-Boss. Nimm dir Sergio ordentlich vor. Angeblich tickt er nicht richtig. Er liebt es, die Leute leiden zu sehen. Steht ihm jemand im Weg, lässt er ihn einfach beseitigen. Er nimmt sich alle Zeit der Welt und will bei allem dabei sein. Seine Arbeitsweise imponiert mir nicht besonders. Ja, dir ist aber bewusst, dass ich bloß den Anruf tätigen soll. Und Polly eigentlich der Verstrecker ist, oder? Naja. Ich finde aber schön, dass hier die Zeitung mit dem Party Massacre so da liegt und dass man das so gut lesen kann. Wie geht's Sarah, mein Freund? Sprich mit mir. Dann halt nicht. Wie hieß er eigentlich? Hieß er Offred? Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Auf zur nächsten Liquidierungsmission. Oh, Ralph, wir hatten einen schicken Wagen für uns. Aber ich gehe erst mal hier zu Vincenzo. Weil Polly dort auch sein wird, so wie es aussieht. Gehen wir einfach mal hin. Mal sehen. Vincenzo. Äh, Vincenzo, ach da. Hey. Peace. 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 Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Hier ist das Baby, Jungs. Ich drücke euch die Daumen. Ich bin auch eine Thompson. Wieso kriege ich bloß den Colt 1911 hier? Das ist ja... Puh. Immerhin, ich weiß noch, dass es der Colt 1911 ist, der so aussieht. Ja, bewegt mir deinen Arsch, Polly. So, Ralphie, was hast du denn Schönes für uns? Tommy? Ähm, willst du mir nicht das Auto da vermachen? Der stand doch schon gerade grau in der Liste der Guardian. Terraplane, oder? Ja, gar den Terraplane, Vodor, Schwarz. Warum? Hallo, Ralphie, ach, gebrauchen ein Wagen. Alles klar. Ich hab hier einen neuen Terraplan. Warum gibst du den mir nicht? Einständiges, oder? Bustes Auto. Bittige Fallen, Paulie. Hey, ich bin der Fahrer. Neuartiges Schloss. Aber mit etwas. Kommt, hier ist das kein Problem. Das hast du ja, ganz bestimmt. Einfach so. Ganz leicht. Lass mich dir mal über die Schulter gucken. Äh, äh, reindrücken und... Also so wie bei allen Autos quasi. Schön. Großartig. Mach mal los, Tom. Hm. Dann machen wir mal hier fein. Während Paulie einfach nur wichtig rumsteht mit seiner Thompson. Steig ein, Junge. Juuuut. Schöne Sache. Und dann geht's auf zur nächsten Mission. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir den Sergio geplättet kriegen. Aber ich glaub, da braucht man kein Prophet sein. Bei dem Missionstitel kann man sich denken, dass nicht alles so klappen wird, wie das gewünscht ist, ne? Beim verdammten Glückspilz hier. Aber wir werden selbst sehen. Fahren wir erstmal zum Italian Garden Restaurant. Und verfolgen unseren Plan. Ist ja eigentlich nahensicher. Kann ja nichts passieren, ne? Ähm. Oder so ähnlich. So, wo ist denn das? Central Island, ne? Jawohl. Gut. Wie fahren wir denn da? Ich weiß es nicht. Ach doch, ich weiß. Kommen wir hier durch? Tatsächlich. Dann fahren wir da durch. Genau, und dann nehmen wir die obere Brücke und kommen dann irgendwo im Norden, äh Quatsch, Brücke, den Tunnel, kommen irgendwo im Norden raus. Und ich mach natürlich erstmal hier die Tempobegrenzung rein. Tutut, süß. Denn ich hab jetzt keinen Bock, ewig von den Bullen verfolgt zu werden. Wir wollen das ja hier ganz gechillt und locker und easy machen, ne? Von daher nehmen wir die Tempobegrenzung mal mit. Auch wenn wir hier jetzt erstmal ohne fahren könnten, schließlich ist ja kein Bullen in Sichtweite. Aber so kann man sich auch mal Zeit nehmen für die schönen Dinge im Leben. Zum Beispiel gemütlich bei 30er Jahre Jazzmusik einfach mal durch einen Tunnel in der schönen Stadt herumfahren. Gut, das wollte ich nicht mehr machen. Ich wollte nicht mehr singen. Aber es reicht so mit. So, da haben wir es ja auch schon fast geschafft. Apropos Zeit für die richtigen Dinge im Leben. Das macht man irgendwie viel zu selten, ne? Man hetzt so von einem Termin zum anderen oft. Also in der Schulzeit vielleicht nicht so. Aber später, da hättest man auch von einem Termin zum anderen oft. Ja, lass mich doch mal hier ausreden. Und vergiss dann sich mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Das sollte man vielleicht mal etwas öfter tun. Und da finde ich auch die buddhistischen Leitsätze ganz wichtig, dass man einfach mal sich wohl ein bisschen eine Auszeit nehmen sollte. Und in sich gekehrt sein sollte. Da mach ich doch. Geht ja schon los, Mensch. Und da ist ab und zu so eine Meditation auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist... Der Wagen dort drüben ist schon irgendwie auffällig platziert, oder? Na gut, rufen wir mal an. Das Todeskommando... Da-da-da-da-dum. Ja? Ähm, ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick. Jetzt bist du dran, Sergio. Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Wer ist los? Ach! Teufel! Pauli! Das ist der Fatsche! Pauli läuft jetzt! Morello ist nicht hier! Du Troll! Womit hab ich dich verdient? Womit hab ich dich verdient, Pauli? Alles muss man selber machen. Sergio war heute gar nicht da. Du Mist, jetzt jetzt mit der Scheiße! Das ist zurück zu Salieri. Ja gut, dann machen wir uns mal auf zu Salieri, ne? Oder erst mal schütteln wir die Ab, besser gesagt. Jetzt kann ich die Tempobegrenzung raus, denke ich mal. Ähm, hallo? Geht's noch? Ja, lass doch nie mal fahren. Den Polizisten scheint es auch gar nicht zu interessieren, dass hier Feuer gefecht ist, ne? Wie sieht's denn aus? Ach, schade. Mann, dieser Kerl. Ich kann mich nicht aufs Schießen und aufs Zahn gleichzeitig konzentrieren, irgendwie. Ich hab auch bloß noch einen Schuss, sehe ich gerade. Das ist ja ein ganz großes Kino hier. Ja gut, dann fahren wir einfach mal. Bringt ja nix hier. Oder wollen wir den einen Schuss noch verbraten? So, Schuss weg. Und dann können wir uns aufs Zahn konzentrieren, auch schön. Mann, Typ, jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. Das ist aber auch unglaublich, wie einfach der mich abdrängen kann. Das geht gar nicht. Lass mich! Gott verdammt. So. Ja, lass doch Pauly ein bisschen draufballern. Das passt schon. So. Oh! Herr Polizist, ja, ich hab gerade andere, andere Probleme als die Polizisten, muss ich mal so zugeben. Ähm, fahr, 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 fahr doch! Ach, hallo? Ist ja ein ganz großes Kino. Ja, lass mir Pauly mal ein bisschen rumballern hier. Diese actionreichen Verfolgungslaken sind aber mit diesen Blechkisten. Ich komm nicht mehr raus aus der Ecke. Ach, scheiße, was ist das denn? Ich häng fest. Jetzt, jetzt geht's wieder. Wo auch immer unsere Verfolger sind, wir fahren einfach mal. Das wird schon klappen. Das wird schon gut gehen. Immerhin sind wir sehr erst mal alle los. Oh, scheiße. Ich glaub, jetzt ist die Polizei unser größeres Problem. Aber vielleicht mag Pauly sich ja mal darum kümmern. Das wäre sehr schön. Deswegen fahr ich jetzt auch mal nicht auf die Straße, sondern bleib mal hier oben. In der Hoffnung, dass Pauly gleich mal seine Thompson zückt und dann mal sich der Sache annimmt. So. Pauly? 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 Schieß doch mal! Ach, Mensch. Du bist doch ein alter Trollkopf, ey. Ja, wir fahren hier mal so ein bisschen im Kreis, ne? Das geht schon. Das passt schon. So. Oh, shit. Ich glaub, das ist da unten. Ach, nein. Das ist ein Polizist. Okay. Also, die Leute von Morellos scheinen mir jetzt los geworden zu sein. Das Problem scheinen wir jetzt nicht mehr zu haben. Aber die Polizisten haben wir immer noch am Hals. Junge, schieß doch mal. Ist das denn so kompliziert? Oh, die ist ein dummer Vollposten. Ne, da fahr ich nicht hin. Ne. Die schießt, äh, schießt nicht. Scheiße. Ich hab keine Munition gekriegt. Das ist doch blöd, sowas. Na gut, dann müssen wir uns eine richtige Verfolgung. Ich sag, Kniefern nützt ja nix. Und ich komme nicht um die Ecke, wenn ich lenke. Das ist auch geil. Das ist ganz großes Kino. Weg da. Ach, nö. Ach, nö. Deswegen wollte ich nicht in den Verkehr raus. Zack. Ja, das geht spannender, ich weiß. Tut mir leid. Jetzt haben wir wieder das alte Problem. Dumme Verfolgungsjagd mit dem Bullen. Und das eigentliche Ziel, äh, das, ja. Das eigentliche Ziel des Spiels ist irgendwie so gar nicht in der Nähe. Ach, Mensch, scheiße. Die Kiste ist so verflucht langsam. Ich werde ständig eingeholt. Ah. Ich hasse die Welt. Ich will ein schnelleres Auto haben. Das kann man auch keinem anbieten hier. Das ist doch nervig, sowas. Hallo, mach dich aus meiner Seite raus. Ach, nö. Ach, nö. Also langsam verliere ich echt die Lust gerade. Hallo, drei Bullen schon. Das ist doch, das ist doch nicht euer Ernst. Ach, Gott. Ja, fahren wir mal ein bisschen über die Wiese. Versuchen wir mal, die irgendwie loszuwerden. Es ist ja immerhin schon mal bloß nach einer, so wie es aussieht, auf dem Radar. Lass mich in Ruhe. Gott verdammt. Weck da. Keine Zeit für euch. Ach, na klar. Da passt doch einfach so durch durch die Ritze. Ist klar. Schön, ist er gegen die Wand gefahren. Hi. Lass mich. Mann. Scheiße. Komm, was soll's. Oh, nein, nein. Ach, Mensch. Du dummer. Ah, ich könnte. Ach. 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 Ach.